Willkommen zurück zu GTA San Andreas... Ja, GTA San Andreas, wer kommt da nicht? Gut, ich weiß es von längeren Titel aus oder nicht. So, ja, wir haben ja in der letzten Folge hier einen schwebenden Kandidaten gehabt. Der war ja recht lustig. Lustig. Und hier steht kein Auto. Ist das hässlich? Egal. Und das gab ich schon am Arsch. Ich glaub, der Typ hat schon beide Türen kaputt gefahren. Nein. So. Mit OG-Loke geht's weiter. Ich will nicht tauschen. Ist auch keiner noch da auf der Karte. Ja, ich hab letztens einen Part gesagt. Ich weiß, was ich im nächsten Part schon mache. Äh, das werd ich jetzt noch nicht machen. Das werd ich erst später machen. Da... Kommt es dann besser. Bietet sich auch besser an. So. Wir haben 21.500 Dollar knapp. Das heißt... Ich guck mal, wie viel, äh... Die Immobilie hier im Ecke kostet. Weil... Fürs Let's Play bietet sich das schon an. Wenn ich dann hier speichern kann. Wie kostet... 10.000. Na gut. Besser als wenn wir nichts haben. Denk ich meine Uhr schon wieder. Meine Güte Steve. Du nennst es doch nicht. So. Immobilie speichern wir hier gleich. Ne. Das machen wir nach. Na ein bisschen. So. Wir... Guck mal, was unser Gangster so hat. Egal. Aber die Missionen sind geil. Das weiß ich noch. So. Die Kaffe ist auch schon... Der Hit, ey. Oh Mann. Okay. Kommt zwischen 22 und 6 Uhr wieder. Boah. Ey. Junge. Das Auto hier, das ist ja... Ne. Dazu sag ich nichts. Das... Das ist ja... Okay, hier ist ein Friseur. Gehen wir erstmal zum Friseur. Bevor wir dann speichern und die Zeit überspringen. Gott, äh... Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Cäsar Friseur. Blondes Haar auf jeden Fall. Pinkfarbenes Haar. Wow. Wow. Keilförmige Friseur. Tramlight. Look. Was soll denn das denn? Ah, das ist das, was er da hat. Sieht eigentlich gar nicht... gar nicht mal so schlecht aus. Ich guck mal weiter. Grooveschnitt. Ja, Mann. Ja, okay. Sieht eher aus wie schwuchtisch. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich zweimal Enter, ey. Ficken. See you again. Ja. Äh. Ja, geh doch gleich ganz raus. Ich bin... Ah, Mann, ey. So. Nochmal. Wir waren jetzt hier. Iro-Käse. Für den wäre ich ja eigentlich am meisten, ne? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Nehme ich den Iro? Oder nehme ich den... Tramlight. Der gefällt mir eigentlich auch gut. Oder? Wir machen das. Aber ja. Geil. Das waren da noch... Da war blonder Iro, ne? Ja. Ein grün hätte ich genommen. Was ist da, was wir machen? Erstmal Tramlight. Ich finde den irgendwie cooler gerade. Normalerweise hätte ich jetzt den Iro-Käse genommen. Ich habe die Kräse von deinem Kopf entfernt. Aber kann das sein, dass das nur auf einer Seite so ist? Äh. Weißt du was, wir haben das Geld momentan zum Kacken. Ich nehme doch den Iro. Jetzt hab ich zwar die Kohle schon ausgegeben, mein Gott. Nein. Äh. Ja, so. Iro ist gut. Gar nicht schaden. So. Ja, Mann. Gefällt mir schon mal ein bisschen besser, so. Also irgendwie ist das hier... Kabel-Salat. So. So, jetzt müssen wir mal kurz 10 Stunden überspringen. Ja. Ich habe den Kacken geklappt. Ich habe den Kacken geklappt. Häu weg den Scheiß. Ich habe auch keiner. So. Ey. Von zwischen 22 und 6 Uhr. Ich habe den Kacken geklappt. zweimal kann ich mir nicht leisten so lang zu warten sondern wir sagen wie ich die aufnahme nicht pausieren so fünf minuten sind ja schon vorbei kann es sein doch noch gar nichts gemacht ist ein bisschen frustrierend ich fahren kann es noch frustrierend naja jetzt aber life's the beach life's the beach bei mir Real OG, I really ain't in the rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Locke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now, check it. I caught me a real fly sound system, cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now, check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestives. It's OG Locke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, 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 man. Let's shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Ah, okay. Fertzabuch party. Auto. So, wo muss ich denn? Ne? Ne? Ne, fahr mal hier um ein bisschen weiter. Hey, we're cracking. Ah, ich drücker Zeit. Just hanging out, you know. Well, hey, let's dance, sugar. Ne, for sure. Scheiße, macht man das jetzt mit Falltasten oder auch mit den... Let's see what you got. Ich glaube, das macht man mit den Dings, mit den Falltasten. Ich weiß das nicht. Ich sehe es ja gleich. Alter, das war ein Schlagring. Stylisch. Okay, feilt das. Alter, muss ich hier so streng konzentrieren. Weil ich mir auch gar nicht zum Affen mache damit, ne? Mal rumgezappel da. Ey, sieht aus, als ob eine frittierte Pomme ist, ne? Sagt der, der nicht kranzeln kann? Ich habe es gesehen, erst einmal perfekt, ja. Ich bin eine Pro. Womit habe ich eigentlich? Ich brauche noch ein bisschen. Oh, es macht mir die frittierte Pommes. Haben wir es dann mal bei? Alter. Okay, die müssen ja manchmal nicht mit geilern essen, die danach. Fuck, jetzt verdrück ich mich hier. Ja. Ich drück jetzt gerade alles fest. Boah, damals war ich daran richtig schlecht, ey. Boah, wie viele Punkte. Boah, fast 6.000 Punkte, Alter. Ja, für schon, das ist sehr schön. Also, ich würde mit der jetzt erst mal ins Büro gefahren. Und hätte ich dann im Büro erst mal geknallt, oder hätte mir dann heimlich, wenn es pennt, äh, den Ban geklaut. So hätte ich das gemacht. Das kannst du mich an, dass ich eigentlich nur meinen User-Track-Player nehmen kann. Ich warte übrigens immer noch auf Musikvorschläge. Aber bei zwei Zinschauen. Ich fahre wieder überall, noch nicht auf der Straße. Ich kann's halt. Ich kann's halt. Oh, Leute. Ich würd mich am liebsten jetzt über meinen Tag beschweren, aber ich glaub, dass es nicht gut ist. Ganz ehrlich, ey. Ich kann momentan nur kotzen, ey. Wegen so einer lächerlichen Schleizung. Aber egal. Gehört jetzt hier nicht rein. So. Wir passen in den Part, glaub ich, nicht rein, ey. Bisschen ärgert. Oh, geil. Schleiß mal auf den Bullen, da. Oh, cool. Oh, geil. Biss doch immer. Ja, Mann. Die Karaten-Sound, ey. Richtig fern, ey, oder? Ist wie ein Orgasmus, ey. Ja, mit dem Auto kann ich auch fahren. So. Ja, gut, dann speicher ich jetzt und dann machen wir halt die coolen Missionen innerhalb der nächsten Part. Und, ja gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Gucken. Äh, ich hab übrigens gesehen, in den letzten zwei Parts war hinten, dieses Stück mit dem Bildschirm, mit dem Subscribe, nächste Folge, letzte Folge und die Playlist, äh, war irgendwie nur so sieben Sekunden lang oder so, äh, hab ich nicht drauf geachtet. Es sollte wieder jetzt hier nochmal bei 20, 25 Sekunden sein, also, damit ein bisschen Zeit verbleibt. Ja, danke fürs Gucken hierhin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.